Herzlich Willkommen beim Golfclub Geroldsbach. Am Rande der Holledau im Landkreis Pfaffenhofen liegt der 18-Loch-Meisterschaftsplatz des Golfclub Geroldsbach. Auf 80 Hektar ist der Golfplatz in ein topografisch reizvolles Gelände eingebettet. Weite Höhenzüge wechseln sich ab mit Äckern, Wäldern, Einöthöfen, Hügeln und Senken. Ein herrliches Panorama mit ständig wechselnden Perspektiven. Die Länge der Paar 72 Herrenrunde ist 6057 Meter. Die Länge der Damenrunde ist 5324 Meter. Das längste Loch für die Damen ist die fünfte Spielbahn mit 435 Meter und für die Herren die erste Spielbahn mit 485 Meter. Für die Herausforderung anspruchsvoller Spieler sorgen zahlreiche Wasserhindernisse, Fairway und Grünbunker sowie teilweise erhöhtes Gras. Die Anlage ist ganzjährig geöffnet und im Winter auf Wintergrüns bespielbar. Der Golfplatz verfügt über ein Trainingsgelände mit Driving Range, Putting Green und mehreren Übungsarealen. Erwerbiungsarealen. Musik Die angeschlossene Gastronomie mit großer Terrasse lädt in freundlichem Ambiente ein, vor oder nach der Runde Getränke und Speisen zu sich zu nehmen. Musik Der Golfclub Geroldsbach freut sich auf Ihren Besuch. Musik 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 Musik